Ja hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Musikstunde. So einen Zettel haben bestimmt einige von euch schon mal in ihrer Jeans gesehen. Aber was heißt eigentlich diese Angabe hier 100% Corton? Ja wer jetzt an diese Pflanze gedacht hat, der liegt genau richtig. Das heißt nämlich, dass es zu 100% aus Baumwolle besteht. Und bei Baumwolle, das seht ihr hier, kann man aus diesen Dingern, die so aussehen wie Watte, eben Stoff machen. Dazu wird dann die Watte sozusagen zu einem Faden zusammengezwirbelt, aus dem man dann den Stoff weben kann. Das wird heutzutage natürlich von Maschinen gemacht in großen Fabriken, aber das war nicht immer so. Macht euch doch mal kurz Gedanken, was ihr dagegen hier auf dem Bild seht. Ja das ist eine riesige Baumwollplantage und wir sehen hier einige afroamerikanische Männer und Frauen beim Pflücken von der Baumwolle. Das war eine ziemlich harte Arbeit und vermutlich handelt es sich da sogar um Sklaven, die damals in den USA ja noch gehalten wurden, um solche harten Arbeiten zu verrichten. Jetzt ist die Frage, warum zeige ich euch das im Musikunterricht? Wie bei vielen ähnlichen Tätigkeiten sangen die Menschen oft bei der Arbeit, um sie etwas angenehmer zu machen und um mit dem Rhythmus der Songs die Arbeitsabläufe zu koordinieren. Solche Arbeitslieder nennt man Work Songs. Ja so einen Work Song seht ihr jetzt hier. Ich singe euch den Song jetzt einmal vor und danach lade ich euch ein, den mit mir zusammen zu singen. Und gleich nochmal, jetzt gemeinsam. Ja wenn ihr nochmal singen wollt, könnt ihr einfach das Video zurückspulen. Vielleicht ist euch aber auch aufgefallen, dass der Song in der Tonlage, in der wir jetzt gesungen haben, ziemlich tief ist. Eigentlich fast schon so tief, dass man es kaum mehr singen kann, beziehungsweise dass es schon ein bisschen grummelig klingt. Oder dass es anstrengend ist, in der Lage zu singen. Es würde also eigentlich nahe liegen, wenn wir die Töne ein Stückchen nach oben verschieben. Ja warum auch nicht, machen wir doch gleich mal. So jetzt seht ihr hier, ich habe alle Töne einfach ein Stückchen nach oben verschoben. Hören wir uns doch mal an, wie das jetzt klingt. Ich lasse es mal einfach vom Computer vorspielen. Ja vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass es jetzt ganz merkwürdig klang. Oder zumindest ganz anders, als der Song eigentlich klingen soll. Also das heißt, wir konnten es leider nicht einfach ein paar Töne hoch verschieben. Wir müssen uns da ein bisschen mehr Gedanken machen leider. Und das will ich heute mit euch besprechen. Dazu schauen wir nochmal in die ursprüngliche Version des Songs. Und schauen uns mal genau an, welche Töne da vorkommen und warum das so ist, dass wir die nicht einfach ein Stückchen nach oben verschieben können, um dann den Song ein bisschen höher zu singen. So, hier seht ihr jetzt wieder die ursprüngliche Version, die mit den tiefen Tönen. Und die hat ja gestimmt. Ich lasse euch die jetzt auch nochmal vom Computer vorspielen im Vergleich, dass ihr nochmal hört, wie das eigentlich klingen sollte. Also nicht so wie gerade, sondern so. Ja, das klingt doch viel eher nach dem Lied. So, woran liegt es jetzt, dass diese Version so viel besser bzw. richtiger klingt? Das liegt daran, dass Melodien immer aus einer sogenannten Tonleiter aufgebaut sind. Das habt ihr bestimmt in der fünften Klasse schon mal gehört. Und jetzt darf ich euch bitten, mal das Arbeitsblatt herzunehmen, dass es dazu gibt, wo drauf steht Tonleitern 1. Und da lesen wir mal gemeinsam den Text oben. Da steht nämlich, fast alle Melodien bestehen aus den Tönen einer bestimmten Tonleiter. Oder andersherum gesagt, in einer Tonleiter sind die Töne einer Melodie übersichtlich der Tonhöhe nach angeordnet. Das heißt jetzt bei unserem Stück hier, wenn wir alle Töne nehmen würden, die in dem ganzen Stück vorkommen, also das geht ja auch noch weiter, und die der Tonhöhe nach sortieren, also erst einen tiefen Ton, dann den nächst höheren, den nächst höheren und so weiter, würde eine Tonleiter dabei rauskommen. Schauen wir uns gleich an, wie das aussehen würde. Der Text geht weiter. Die Tonleiter beginnt dabei nicht mit dem tiefsten Ton der Melodie, sondern mit ihrem sogenannten Grundton. Das ist derjenige Ton, bei dem man das Gefühl hat, dass die Melodie nach Hause kommt oder in sich ruht. Meistens handelt es sich beim letzten Ton des Stücks deshalb um den Grundton. Und das ist auch bei unserem Stück hier so. Nämlich ist Grundton natürlich auch hier der letzte Ton des Stücks. Schaut mal hier. Ich habe euch hier den letzten Ton mal eingekringelt. Welcher Ton ist es denn? Wir nennen ihn mal. Genau, der Ton C oder genauer gesagt der Ton C1. C ist also der Grundton von unserem Stück hier. Und das merkt man auch, wenn man singt. Da heißt es ja Pick all over this field. Und bei diesem da hat man das Gefühl, die Melodie ruht in sich. Es gibt gar keine Spannung mehr. Da kann man aufhören auf diesem Ton. Alles ist abgeschlossen sozusagen. Deshalb ist das der Grundton. Ja und jetzt, wenn man die ganzen Töne des Stücks darüber sortiert, kommt folgendes raus. Die Tonleiter beginnt also mit dem Ton C, den ihr hier seht. Dann kommt anschließend der Ton D, E, F, G, A, H und dann wieder das C. Und da wir den Grundton wieder erreicht haben, ist die Tonleiter da zu Ende. Man könnte natürlich auch nochmal mit D, E, F und so weiter weitermachen. Das spart man sich aber, weil man das ja schon weiß, dass die Töne hier unten schon sind. Die werden quasi dann nicht nochmal verdoppelt. Also die Tonleiter geht von einem Grundton bis zum nächsten Grundton. Hier von C bis C. Ja, wenn man sich das mal vorspielen lässt. Diese sortierten Töne des Stücks, dann klingt es so. Sollte euch recht bekannt vorkommen, dieser Klang. Lesen wir mal weiter in dem Text auf dem Arbeitsblatt, den dritten Absatz. Tonleitern und damit die aus ihnen aufgebauten Melodien erhalten ihren Klangcharakter durch eine bestimmte Abfolge von Ganz-Tonschritten und Halb-Tonschritten. Obwohl es zu jedem Grundton theoretisch sehr viele verschiedene solche Abfolgen geben kann, klingen nur ein paar wenige davon vertraut für uns, da nur diese wenigen Tonleitern häufig in der Musik anzutreffen sind. Auf dem Grundton C ist eine dieser weit verbreiteten Tonleitern die sogenannte C-Dur-Tonleiter. Da sie nur aus Stammtönen, also ohne Kreuz und B-Vorzeichen, besteht, braucht man für ein Stück, dem die C-Dur-Tonleiter zugrunde liegt, nur die weißen Tasten am Klavier. Ja, und das war auch bei unserem Stück von gerade ja so. Da ist es ja tatsächlich so gewesen, dass wir nur weiße Tasten, beziehungsweise Töne ohne Vorzeichen hatten in dem Stück. Das heißt, wenn man es am Klavier spielen würde, bräuchte man nur die weißen Tasten. Oder wenn ihr es auf irgendeinem anderen Instrument spielt, müsst ihr natürlich auch nur die Töne spielen, die quasi ohne Vorzeichen sind. Hier seht ihr es nochmal als Grafik, da seht ihr genau die weißen Tasten. Und hier eben könnt ihr ablesen, wo die Tonnamen draufstehen. C, D, E, F, G, A, H, C, das sind eben genau nur die weißen Tasten. Und das sind die Töne, die wir für diese Tonleiter oder dieses Stück brauchen. Warum kann man jetzt nicht das Stück einfach nach oben verschieben? Mit dem Stück zusammen würden wir auch die Tonleiter verschieben. Das heißt, der Grundton wäre jetzt zum Beispiel nicht mehr C, sondern der Grundton wäre dann E. Das geht deshalb nicht, weil, wie der Text uns ja schon gesagt hat, jede Tonleiter eine bestimmte Abfolge von Tonschritten hat. Wir schauen uns mal die Aufgabe 1 auf dem Arbeitsblatt an. Aufgabe 1 Anhand der C-Dur-Tonleiter kann man die Regel ableiten, welche Ganztonschritte und Halbtonschritte in allen Dur-Tonleitern vorkommen müssen. Überprüfe dazu anhand der Klaviatur unten, wie groß die Schritte zwischen den aufeinanderfolgenden Tönen der C-Dur-Tonleiter jeweils sind. Ihr wisst ja vielleicht noch, dass nicht zwischen allen Stammtönen bzw. zwischen allen weißen Tasten des Klaviers der gleiche Abstand besteht. Wenn ihr mal hier auf diese, ja, bisschen vereinfachte Klaviertastatur-Grafik schaut, dann seht ihr ja zwischen manchen weißen Tasten bzw. zwischen manchen Stammtönen, wie zum Beispiel zwischen dem Ton D und dem Ton E, da ist ja noch eine schwarze Taste dazwischen. Das heißt, hier ist der Abstand zwischen C und D größer als zum Beispiel der Abstand zwischen den Tönen E und F. Da folgen nämlich zwei weiße Tasten, zwei Stammtöne, direkt aufeinander, ohne dass noch ein Ton dazwischen existiert. Das heißt, diese beiden Töne sind näher beieinander. Das nennen wir dann einen Halbtonschritt, wenn die so direkt nebeneinander liegen. Dagegen, wenn man noch einen Ton dazwischen hat, also es zur übernächsten Taste geht, dann nennen wir es einen Ganztonschritt. Das steht ja auf dem Arbeitsblatt auch nochmal, nämlich, ist der nächste Ton die direkt benachbarte Taste, egal ob weiß oder schwarz, handelt es sich um einen Halbtonschritt. Und jetzt die Aufgabe, kennzeichne alle Halbtonschritte in den Noten mit dieser, ja, eckigen Klammer. Spitze Klammern nennt man sie, glaube ich, in Mathe. Und dann ist der nächste Ton, erst die übernächste Taste, egal ob weiß oder schwarz, handelt es sich um einen Ganztonschritt. Kennzeichne alle Ganztonschritte in den Noten mit der eckigen Klammer. Das soll dann ungefähr so aussehen, dass hier zum Beispiel zwischen dem ersten Ton und dem zweiten Ton, wo wir bereits festgestellt haben, da geht es vom C zum D zur übernächsten Taste. Das heißt, das ist ein Ganztonschritt, also markieren wir es mit dieser Klammer hier. Und ihr könnt da als Hilfe diese, ja, Art Klaviatur benutzen, die ihr hier auf dem Bildschirm seht oder die unten auf eurem Arbeitsblatt abgedruckt ist. Stoppt doch jetzt das Video kurz und erledigt das kurz für die komplette C-Dur-Tonleiter, die ihr hier seht und die ihr auf dem Arbeitsblatt abgedruckt habt. Tagt die entsprechenden Klammern auf dem Arbeitsblatt ein. So, dann verbessern wir das gemeinsam. Zwischen dem zweiten und dritten Ton der Tonleiter, vom D zum E, ist es natürlich auch ein Ganztonschritt. Dann, wie bereits gesagt, vom E zum F ist ja keine schwarze Taste dazwischen. Das heißt, hier ist es ein Halbtonschritt von 3 auf 4. Von 4 auf 5 ist wieder ein Ganztonschritt, F zu G. Dann vom G zum A wieder ein Ganztonschritt. Vom A zum H noch ein Ganztonschritt. Und vom H zum C noch ein Ganztonschritt. Was wir jetzt rausgefunden haben, müssen wir uns in den Merksatz auf dem Arbeitsblatt eintragen. Und zwar, charakteristisch für die Duotonleiter ist also, dass je ein Halbtonschritt zwischen dem, ja welchen Tönen? Dem dritten und vierten natürlich. Den dritten und vierten Ton sowie dem siebten und achten Ton zu finden ist. Tragt euch das bitte ins Arbeitsblatt ein. Und merkt euch das bitte möglichst gut. Ja, wenn wir jetzt mit dem E anfangen, als Grundton. Das entspricht quasi der Tonleiter, die wir jetzt vorhin benutzt haben. Als das Stück ein bisschen höher verschoben war, um es ein bisschen angenehmer singen zu können. Dann sieht das Ganze so aus. Das E ist der erste Ton, das F der zweite, das G der dritte und so weiter, bis wir wieder beim E, dem neuen Grundton, dem achten Ton angekommen sind. Jetzt ergibt sich da natürlich eine ganz andere Struktur, weil natürlich weiterhin zwischen dem E und dem F der Halbtonschritt ist. Das heißt, wir starten unsere neue E-Tonleiter jetzt nicht mehr mit einem Ganztonschritt, sondern auf einmal mit einem Halbtonschritt. Außerdem kommt nochmal ein Halbtonschritt zwischen dem fünften und sechsten Ton und ihr seht, diese Struktur ist quasi komplett anders als die, die wir eigentlich für eine Dur-Tonleiter brauchen würden. Klingend tut das Ganze dann so. Ja, klingt so gar nicht nach Grundtonleiter und ihr habt vielleicht noch im Kopf, wie das Stück dann auch klang, das auf dieser etwas höheren Tonleiter dann basiert hat, weil wir es einfach ein Stück nach oben verschoben haben. Unsere Aufgabe wird jetzt also sein, diese Tonschritte so anzupassen, dass wieder eine Dur-Tonleiter entsteht und zwar jetzt aber nicht mehr auf dem Grundton C, sondern auf dem Grundton E. Ich habe hier also mal die Tonschritt-Abfolge von der C-Dur-Tonleiter runterkopiert. So soll das dann aussehen. Das dürft ihr im Sinne von Aufgabe 2 auf dem Arbeitsblatt auch gleich mal machen. Da steht nämlich als erstes bei Aufgabe 2, übertrage die für die E-Dur-Tonleiter benötigte Abfolge von Ganz-Tonschritten, eckige Klammer, und Halbtonschritten, spitze Klammer. Tragt euch das bitte mal unten auf dem Arbeitsblatt bei der E-Tonleiter einfach ein, so wie es bei der C-Dur-Tonleiter oben ja schon steht, dass es so aussieht wie hier die roten Klammern. Und rot markiert sind sie deshalb, weil das ja jetzt in unserer Tonleiter noch nicht stimmt. Wir haben ja ganz andere Tonschritte, wie die Klammern zuvor ja angezeigt haben. Stoppt jetzt gegebenenfalls kurz das Video, um die Klammern einzutragen. So, und jetzt werden wir uns nach und nach anschauen, was wir denn machen können, um diese Tonschritte auch wirklich so herzustellen, wie wir sie brauchen. Dazu lesen wir aber nochmal kurz den Absatz über der E-Tonleiter auf dem Arbeitsblatt. Da steht nämlich, will man nun die Dur-Tonleiter auf einen anderen Grundton übertragen, muss man genau diese Abfolge von Ganztonschritten und Halbtonschritten mit Hilfe von Kreuz- und B-Vorzeichen herstellen. Da aber trotzdem immer alle Stammtöne von einem Grundton 1 bis zum nächsten Grundton 8 vorkommen, kann man diese Stammtöne zunächst noch ohne Vorzeichen aufschreiben. Also das ist ja das, was wir hier im Grunde schon haben. Die Stammtonabfolge vom Grundton E bis zum Grundton E und dazwischen alle Stammtöne, die es gibt, nämlich F, G, A, H, C und D. Ja, und wie wir jetzt schon gelesen haben, das wird natürlich nicht so bleiben. Da müssen wir Vorzeichen noch einsetzen, damit eben die Abfolge von Tonschritten stimmt. So, den ersten Ton habe ich mal einfach eingetragen. Damit zwischen dem ersten Ton, dem E, dem Grundton, und dem zweiten Ton der Tonleiter ein Ganztonschritt entsteht, wie wir ihn brauchen, müssen wir den zweiten Ton durch ein Kreuz erhöhen. Dadurch wird aus dem F ein Fis und dann ist der Schritt vom ersten zum zweiten Ton ein Ganztonschritt. Ihr seht hier auf der Klaviatur. Jetzt gehen wir von der 1 zur 2 zur übernächsten Taste. Und der Schritt ist dann genauso, wie wir ihn brauchen. Geht jetzt bitte so vor, dass ihr einen Ton nach dem anderen der Tonleiter auf diese Art und Weise überprüft. Der Ton, die Töne, die wir jetzt schon überprüft haben, also der erste und zweite, das E und das Fis, sind quasi gesetzt. Und jetzt schaut ihr, müsst ihr den dritten Ton verändern, damit der Schritt zwischen dem zweiten und dritten Ton passt. Das muss nämlich auch ein Ganztonschritt werden und ihr seht, gerade ist es ein Halbtonschritt. Und passt die Töne dann gegebenenfalls einen nach dem anderen durch Vorzeichen an. Stoppt dann immer wieder das Video, bevor ihr mit mir zusammen dann überprüft, ob ihr es richtig gemacht habt. So, der dritte Ton muss ein Gis werden, weil nur so ist vom zweiten Ton, vom Fis ausgesehen, ein Ganztonschritt zum dritten Ton gegeben. Das heißt, wir müssen vor das G ein Kreuzvorzeichen schreiben. Ja, dadurch, dass der dritte Ton jetzt ein Gis ist, haben wir ja zwischen dem dritten und dem vierten Ton einen Halbtonschritt zwischen dem Gis und dem A. Das passt ganz gut, weil unsere Vorgabe ist hier ja an der Stelle, dass da auch ein Halbtonschritt sein muss, wie die spitze Klammer es uns ja vorgibt, beziehungsweise wie wir es auch in der C-Dur-Tonleiter sehen, wo ja zwischen dem dritten und dem vierten Ton auch ein Halbtonschritt ist. Wir müssen also vor den vierten Ton kein Vorzeichen schreiben. Ja, auch zwischen dem vierten und fünften Ton können wir feststellen, dass der Abstand stimmt. Wir haben hier nämlich schon einen Ganztonschritt. A zu H, kein Vorzeichen nötig. Der sechste Ton dagegen muss wieder verändert werden. Wir müssen ein Kreuzvorzeichen vor das C schreiben, so dass ein Cis draus wird, dass der Ton etwas höher wird. Und dann haben wir vom H zum Cis eben einen Ganztonschritt über die nächste Taste, statt vom H zum C einen Halbtonschritt, den wir vorher hatten. So, vom Cis zum D war es wieder ein Halbtonschritt. Das passt natürlich nicht, weil wir vom sechsten zum siebten Ton einen Ganztonschritt brauchen, wie ihr hier seht. Und dann müssen wir natürlich aus dem siebten Ton aus dem D ein Diss machen. Dann haben wir wieder einen Ganztonschritt. Und beim letzten Ton kann man dann nochmal überprüfen, ob man wirklich alles richtig gemacht hat. Man sollte nämlich dann so rauskommen, dass zwischen dem siebten und achten Ton genau noch ein Halbtonschritt passt. Und das ist hier der Fall von unserem siebten Ton Diss zu unserem achten Ton E, den wir ja nicht mehr verändern könnten, weil es ja der Grundton wieder ist, ist eben ein Halbtonschritt. Und das soll auch ein Halbtonschritt sein zwischen sieben und acht. Also wunderbar, unsere E-Dur Tonleiter ist jetzt fertig. Sie besteht aus den Tönen E, Fis, Gis, A, H, Cis, Diss und E. Das heißt, wir wissen, ein Stück, das die E-Dur Tonleiter zugrunde liegen hat, braucht genau diese Töne und kann zum Beispiel kein F haben, weil wir wissen, dann würde wieder die Struktur der Tonschritte nicht zusammenpassen. Dann würde es wieder so komisch klingen, wie vorher diese verschobene Version von dem Stück. Dagegen, wenn ein Fis vorkommt, dann klingt alles wunderbar. Ja, hören wir uns doch mal an, wie diese neue E-Dur Tonleiter jetzt klingt. Nämlich genau so. Ich würde sagen, wunderbar vertraut, genauso wie eine Dur Tonleiter klingt, kommt uns bekannt vor dieser Klang. Und wenn wir jetzt all diese Töne auf die höher verschobene Version des Stücks anwenden, das heißt, wenn wir die entsprechenden Vorzeichen eintragen, dann müsste das höhere Stück jetzt auch gut klingen. Eure Aufgabe ist jetzt also, schaut mal die Töne des Stücks durch, welche Töne kommen da vor, welche Stammtöne, und vor welche Stammtöne müsste ein Kreuz vorzeichen. Es gibt einige, die jetzt in unserer Tonleiter nämlich nicht mehr vorkommen. Zum Beispiel machen wir mal gemeinsam die ersten paar Töne. Wir haben ja als ersten Ton ganz am Anfang bei Cotton, ist ein H. Das H, sehen wir hier, kommt in unserer Tonleiter vor. Da muss man also kein Vorzeichen ergänzen. Dann der zweite Ton, Tön, Cotton, da haben wir ein C. Schauen wir mal in unsere Tonleiter. C kommt leider nicht mehr vor. Das C haben wir erhöht zum Cis. Das heißt, auch hier müssen wir ein Kreuzvorzeichen eintragen. Das seht ihr jetzt auf eurem Arbeitsblatt auf der Rückseite. Blättert das mal bitte um. Aufgabe 3. Das folgende Stück besteht aus Tönen der zuvor aufgeschriebenen E-Dur-Tonleiter. Ergänze die benötigten Vorzeichen vor den entsprechenden Stammtönen. Schreibe für eine bessere Übersicht hier ausnahmsweise dasselbe Vorzeichen auch mehrmals pro Takt, falls der Ton mehrfach vorkommt. Das heißt, wenn wir hier in dem Beispiel mal weiterschauen, Niets ist wieder der Ton E, da brauchen wir kein Vorzeichen, aber dann kommt noch mal der Ton C. Und eigentlich ist es ja so, dass ein Vorzeichen für alle Töne des Taktes gelten. Damit wir hier aber mal den vollen Überblick bekommen, tragen wir es da einfach noch mal ein, damit uns auch wirklich klar wird, dass all diese Cs eben nicht mehr ein C sein müssen, sondern ein etwas höheres Cs. Geht mal so bitte weiter bis zum Ende des Stücks und tragt es auf dem Arbeitsblatt ein. Stoppt dann hier gegebenenfalls das Video, um die Aufgabe zu bearbeiten. Ja, und dann verbessern wir es gemeinsam. Ihr habt bestimmt festgestellt, dass die zweite Hälfte des ersten Taktes, da kommt nur noch zweimal der Ton E vor, da müsst ihr kein Vorzeichen eintragen. Dann im zweiten Takt bei SO haben wir ein H. H kommt auch in unserer E-Dur-Tonleiter vor, kein Vorzeichen nötig. Aber dann bei BAD kommt wieder der Ton C. Da brauchen wir natürlich wieder ein Kreuzvorzeichen, dass ein Cis draus wird. Und wie schon gesagt, auch das zweite Vorzeichen gönnen wir uns mal, obwohl es eigentlich nicht nötig wäre. Dann kommt wieder der Ton H. Für den brauchen wir kein Vorzeichen. Dann kommt aber der Stammton G bei GONNA. Und den Ton G haben wir jetzt wieder in unserer Tonleiter nicht. Das heißt, auch hier müssen wir ein Kreuzvorzeichen ergänzen, damit es ein Gis wird. Und dann der letzte Ton in diesem Takt wäre ein F. F gibt es auch nicht. Der muss zum Fis werden. Dann geht es an der nächsten Zeile weiter. Da kommt wieder zweimal der Ton E. Pick all. Da brauchen wir auch kein Vorzeichen. E kommt vor. Aber dann wieder der Ton Fis statt F. O, the. Da haben wir wieder ein E. Passt. Und dann aber bei this nochmal der Stammton C, der zum Cis werden muss. Und enden tut das Ganze mit Field. Das ist wieder das E. unser Grundton E, wie vorhin schon besprochen. Da brauchen wir auch kein Vorzeichen. Also, jetzt haben wir eine höhere Version des Stücks gebaut. Mit der entsprechenden verschobenen Tonleiter und den Vorzeichen, die wir dazu brauchen. Und jetzt hören wir uns doch mal an, ob das jetzt besser klingt als unsere erste Version, als wir das Stück nach oben verschoben haben. Hören wir uns nochmal die Version von vorher an, ohne die Vorzeichen, beziehungsweise ohne, dass wir uns angeschaut haben, welche Tonleiter da zugrunde liegt. Die klang so. Ja, nicht wie das Stück eigentlich klingen soll. Und dagegen jetzt mit den Vorzeichen klingt es folgendermaßen. viel besser. Ja, hat sich doch gelohnt, der Aufwand. Jetzt können wir es zur Belohnung mal in dieser höheren Lage gemeinsam singen. Ja, hier seht ihr jetzt die Variante des Stücks mit den etwas höheren Töten. Die sieht jetzt auf den ersten Blick ähnlich aus wie vorhin, weil ihr hier jetzt in den Takten vor den Tönen keine Vorzeichen sehen könnt. Aber schaut mal an den Anfang der Zeile. Da sind die Vorzeichen alle hingerutscht. Es ist nämlich so, dass ja sowieso alle Fs, alle Stammtöne F zum Beispiel, die in dem Stück vorkommen, zu einem Fis werden. Alle Cs werden zu einem Cis und so weiter. Deshalb schreibt man die am Anfang der Zeile hin und das gilt dann quasi immer für die komplette Zeile beziehungsweise für das ganze Stück. Dann muss man die nicht so oft schreiben und es sieht in den Noten übersichtlicher aus. Man muss sich nur merken, dass immer wenn hier jetzt ein C vorkommen würde, dass man eigentlich ein Cis spielen oder singen müsste. So, nach diesem Refrain, den ihr hier auf dieser Folie seht, kommen noch Strophen. Singt die doch einfach mal mit und schaut, ob ihr sie ins Ohr bekommt. Los geht's! Cotton needs a picking so bad Cotton needs a picking so bad Cotton needs a picking so bad Gonna pick all over this field We plant this Cotton in April On the full of the moon We've had a hot dry summer That's why it opens so soon Cotton needs a picking so bad Cotton needs a picking so bad Cotton needs a picking so bad Gonna pick all over this field Cotton needs a picking so bad Cotton needs a picking so bad Ja, spult doch das Video gegebenenfalls nochmal zurück bzw. springt in der Zeitleiste einfach ein Stück nach vorne, wenn ihr das Lied nochmal singen wollt bzw. damit ihr auch die Strophen noch richtig lernen könnt. Vielleicht ist euch ja jetzt aber beim Singen aufgefallen, dass zwar der Anfang jetzt in einer ganz angenehmen Gesangslage ist, bei Corden needs a picking und so weiter, aber dann zwischendurch doch immer wieder recht hohe Töne kommen. Vielleicht haben wir es also ein Stückchen zu weit nach oben geschoben, indem wir die E-Dur Tonleiter zugrunde gelegt haben bzw. E als Grundton der Melodie. Wir könnten jetzt also einen etwas tieferen Grundton verwenden und die Melodie wieder ein kleines Stückchen nach unten verschieben. Das würden wir zum Beispiel erreichen, indem wir statt dem Grundton E den Grundton S verwenden, den ihr hier jetzt auch seht. Das heißt, dann wäre alles nochmal ein Halbtonschritt tiefer, weil der Ton S ja ein Halbtonschritt tiefer als der Ton E ist. Dazu machen wir mal die Aufgabe 4 bzw. lesen erstmal, was in dem Absatz über der Aufgabe 4 auf dem Arbeitsblatt steht. Auf der Rückseite ist das. Da steht nämlich, ist das Stück zum Singen etwas zu hoch, kann man es mitsamt der zugrunde liegenden Tonleiter einfach in der Tonhöhe verschieben. Das ist ja das, was wir jetzt gerade auch schon gemacht haben. Jetzt machen wir es aber einfach nochmal. Zum Beispiel kann man statt dem Grundton E den etwas tieferen Grundton S verwenden. Und dann Aufgabe 4. Schreibe dazu die S-Dur Tonleiter auf. Gehe so vor wie zuvor bei der E-Dur Tonleiter. Das heißt, eure erste Aufgabe wird es jetzt mal sein, alle Stammtöne zwischen S und S aufzuschreiben, also die Töne 2, 3, 4, 5, 6 und 7 der Tonleiter zwischen den zwei S-Grundtönen zu ergänzen. Tragt ihr bitte in die Notenzeile jetzt ein. So, wir verbessern das gemeinsam. Ihr müsstet folgende Töne eingetragen haben. S als ersten Ton hatten wir ja schon. Dann kommen natürlich F, G als dritten Ton, 4A, H, C, D und dann der achte Ton ist wieder das S. Natürlich nicht das E, weil das E kommt ja nicht vor in der S-Dur Tonleiter. Jeder Stammton kann nur einmal verwendet werden und zwar entweder als Stammton ohne Vorzeichen oder eben mit Vorzeichen. Und hier bei dem S ist es eben so, dass wir das B-Vorzeichen haben, also kann kein E mehr vorkommen. Und klar, es muss auch als Achterton wieder der Grundton kommen, der ist ja eh das S. So, jetzt im nächsten Schritt ist die Aufgabe natürlich wieder die passenden Vorzeichen zu ergänzen. Und dazu müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen, wie denn überhaupt die Struktur der Halbton- und Tonschritte in der Dur-Tonleiter sein muss. Und da ruft ihr euch am besten nochmal unseren Merksatz in Erinnerung, nämlich dass zwischen dem dritten und vierten Ton sowie zwischen dem siebten und achten Ton eben ein Halbton-Schritt ist. Alle anderen Tonschritte müssen Ganz-Tonschritte sein. Und mit dieser Info könnt ihr jetzt einfach wieder von 1 auf 2 beginnend Ton für Ton überprüfen, ob der jeweilige Tonschritt denn stimmt oder ob ihr bei dem Zielton ein Vorzeichen ergänzen müsst. Also wir machen mal das erste gemeinsam von S, dem ersten Ton, dem Grundton, zum zweiten Ton, der jetzt gerade ein F ist. Können wir feststellen, wenn wir auf die Klaviatur schauen, dass es ein Satzton-Schritt ist. S auf F, zwei Tasten, weiter ist erst das F, der übernächste Taste. Also passt hier alles. Wir können da quasi einen Haken dran setzen bzw. einfach die passende Klammer eintragen und dann ist das F gesetzt und kann nicht mehr verändert werden. Dann machen wir weiter mit dem oder macht ihr jetzt weiter mit dem Schritt von 2 auf 3, vom F zum aktuellen G, ob das passt und so dann immer weiter bis zum achten Ton. Macht dann jetzt einfach immer kurz Pause und verbessert dann die einzelnen Töne mit mir zusammen. Entweder macht so, ihr macht jetzt alle Töne von 2 bis 8 einfach fertig und schaut dann die Verbesserung an oder wenn ihr euch vielleicht noch ein bisschen unsicher seid, macht immer einen Ton selbst, schaut dann die Verbesserung für diesen einen Ton an, stoppt dann das Video wieder, macht den nächsten Ton, schaut die Verbesserung an und so weiter. So, jetzt das Video stoppen. So, hier seht ihr nochmal der Vorständigkeit halber den zweiten Ton eingetragen, das F und die entsprechende eckige Klammer. Dann der dritte Ton darf natürlich das G bleiben, weil vom F zum G haben wir einen Ganztonschritt, da ja da die schwarze Taste mit Fis bzw. Ges noch dazwischen wäre, brauchen wir also keine Vorzeichen. Dagegen der vierte Ton, der hat vorher nicht gepasst, wie er war, da stand nämlich der Stammton A und vom G zum A wäre es ein Ganztonschritt, wir brauchen aber vom dritten zum vierten Ton in der Durtonleiter immer ein Halbtonschritt, also müssen wir das A mit einem B-Vorzeichen erniedrigen, sodass es ein Ass wird und dann haben wir einen Halbtonschritt vom G zum Ass. Wunderbar. Nachdem wir jetzt vom Ass zum Stammton H der Nummer fünf sogar drei Halbtonschritte weitergegangen wären, also die überübernächste Taste gespielt hätten, müssen wir natürlich auch vor den fünften Ton für das ursprüngliche H ein B-Vorzeichen schreiben, sodass es tiefer wird und ein B wird. Und dann haben wir vom Ass zum B ein Ganztonschritt. Der sechste Ton passt dafür dann wieder, vom B zum C ist es ein Ganztonschritt, wie wir hier sehen können, also brauchen wir vor dem sechsten Ton kein Vorzeichen. Auch vor dem siebten Ton ist kein Vorzeichen nötig. Vom C zum D ist es auch wieder ein Ganztonschritt. Und zu guter Letzt können wir uns freuen, dass es auch gut aufgeht, das Ganze, dass wir vom D zum Grundton S, wo wir eh nichts mehr ändern könnten, jetzt auch richtigerweise den Halbtonschritt haben. Wenn wir da jetzt so rauskommen würden, dass da irgendwie ein anderer Tonschritt entstehen würde, müssten wir die vorhergehenden Töne nochmal überprüfen, ob wir da vielleicht einen Fehler irgendwo gemacht haben. Aber wenn da ein Halbtonschritt richtigerweise rauskommt, zwischen sieben und acht, dann können wir uns auf die Schulter klopfen, weil wir alles richtig gemacht haben. Und das Ganze klingt dann so die Tonleiter. Ja, kommt uns vertraut vor, ist eine Dur-Tonleiter. So, jetzt müssen wir das natürlich noch auf das Stück anwenden. Wir wollen ja jetzt als Grundton S verwenden. Das heißt, es müssen in dem Stück auch alle Töne der S-Dur-Tonleiter vorkommen, inklusive der entsprechenden Vorzeichen. Und diese Vorzeichen müssen wir hier jetzt noch ergänzen. Ihr seht auf dem Arbeitsblatt die Aufgabe 5 auf der Rückseite. Da könnt ihr genau das machen. Da steht nämlich Aufgabe 5. Ergänze nun die Vorzeichen der S-Dur-Tonleiter vor den entsprechenden Stammtönen des Stücks. Schreibe auch hier für eine bessere Übersicht ausnahmsweise dasselbe Vorzeichen, auch mehrmals pro Tag, falls der Ton mehrfach vorkommt. Macht doch das jetzt bitte mal eigenständig. Tragt die Vorzeichen vor den Stammtönen ein, wo das eben nötig ist. Das heißt, alle Es werden zu einem S. Klingt jetzt komisch. Alle Töne E werden zum Ton S. Alle Töne A werden zum Ass und alle H werden zum B. Beachtet auch, dass es natürlich nicht nur das H, das hier in der Tonleiter steht, das H1 zum B wird, sondern auch alle tieferen Hs oder höheren Hs. Los geht's. Das stoppt hier dann jetzt das Video kurz, um das zu erledigen. Und dann verbessern wir es gleich gemeinsam. Es geht los bei Cotton mit den Tönen H und C. Das heißt, das H muss natürlich zum B werden. Das C kann bleiben. Dann Needs ist der Ton E, der zum S werden muss. A der Ton C kann bleiben. Und dann Picking wieder zweimal der Ton E, der natürlich zum S wird. Und dann im zweiten Takt So ist natürlich ein H, das zum B werden muss. Bad kann zunächst mal das C bleiben. Dann aber das H, schreiben wir nochmal das B hin. Wie gesagt, müsste eigentlich nicht sein, weil ja das Vorzeichen vom Anfang des Taktes bei So den ganzen Takt lang gelten würde. Aber wir schreiben es der Vollständigkeit mal heute auf. Und dann geht's mit Gonna weiter mit zwei Tönen, die kein Vorzeichen brauchen, nämlich G und F. Die kommen in unserer Tonleiter ohne Vorzeichen vor. Und dann Pick All ist wieder der Stammton E, der zum S werden muss. Over. Zunächst das F kann bleiben. Und dann nochmal das S. Dann das C bei This kann bleiben. Und zu guter Letzt unser Grundton und Schlusston bei Field ist natürlich das S und nicht das E. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wir hören uns nochmal im Vergleich die beiden Varianten an. Zunächst die Version komplett ohne Vorzeichen. Wie das klingen würde, wenn wir uns keine Gedanken über die Tonleiter gemacht hätten. Und jetzt die richtige Version mit den Tönen der S-Dur-Tonleiter. Ja, und unser Ziel war ja, den Song noch ein kleines bisschen tiefer jetzt zu machen, als unsere erste bearbeitete Version mit der E-Dur-Tonleiter, dass wir sie jetzt wirklich optimal singen können. Und das dürft ihr jetzt gleich mit mir tun. Auch hier ist es jetzt wieder so, dass aus Gründen der Übersichtlichkeit die Vorzeichen an den Anfang der Zeile gerutscht sind. Das heißt, Sie seht jetzt am Anfang der Zeile immer das Vorzeichen für B, S und Ass. Und die gelten dann für alle Töne H, E und A, die dann eben zu B, S und Ass werden, im kompletten Stück. Damit auch die richtigen Töne für die S-Dur-Tonleiter entstehen. Ja, los geht's. Lasst uns mal das Stück in S-Dur singen. S-Dur-Tonleiter That's why it opens so soon. Cotton needs a picking so bad. Cotton needs a picking so bad. Cotton needs a picking so bad. Gonna pick all over this field. Boy, stop goosin' that cotton. And take better care. Make haste, you lazy rascal. And bring the draw from there. Cotton needs a picking so bad. Cotton needs a picking so bad. Cotton needs a picking so bad. Gonna pick all over this field. So, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch hier wieder das Video im Video zurückspringen, um den Song nochmal zu singen. So, und zu guter Letzt gibt es noch eine letzte Übung, nämlich die Aufgabe 6 auf dem Arbeitsblatt unten. Die ist folgende. Schreibe zur Übung noch eine D-Dur-Tonleiter auf. Gehe dabei so vor wie zuvor. Versucht jetzt mal eigenständig euch nochmal in Erinnerung zu rufen, wie wir die beiden anderen Tonleitern geschrieben haben. Und versucht das jetzt auf den Grundton D anzuwenden. Ich werde jetzt gleich einfach die Schritte durchgehen, macht aber möglichst immer wieder vorher Pause und versucht die Schritte eigenständig zu bearbeiten. Also im Optimalfall stoppt ihr jetzt das Video und schreibt einfach die komplette Tonleiter auf, so wie wir es vorher gemacht haben. Mit Einzeichnen der Tonschritte, der Stammtöne, Ergänzen der Vorzeichen und dann seid ihr schon fertig. Oder ihr macht so, ihr schaut immer den nächsten Schritt an, ob ihr es richtig gemacht habt, stoppt dann wieder und so weiter. So, hier kommt die Auflösung. Die D-Dur-Tonleiter besteht natürlich zunächst mal aus allen Stammtönen von Grundton D bis zum nächsten Grundton D. Das heißt, ihr würdet hier die Töne D, E, F, G, A, H, C und D zunächst mal aufschreiben. Also alle Stammtöne noch ohne Vorzeichen. Passt da immer auf, dass ihr keinen Stammton überspringt und natürlich auch keinen Stammton doppelt verwendet, dass genau ihr beim achten Ton wieder beim Grundton D rauskommt. Dann schauen wir auf die Klaviatur und überprüfen die Tonschritte. Zwischen dem ersten und zweiten Ton muss es ja natürlich ein Ganztonschritt sein. Das heißt, wenn wir bei D starten, kommen wir beim zweiten Ton bei E raus. Wenn wir einen Ganztonschritt wollen und ein E haben wir auch als Stammton schon dastehen. Das heißt, hier müssen wir nichts verändern. Dann geht es vom E gerade als dritter Ton steht hier in unserer Stammtonreihe das F. Vom E zum F wäre es ein Halbtonschritt, wie wir auf der Klaviatur sehen können. Wir brauchen aber zwischen dem zweiten und dritten Ton in der Durtonleiter immer einen Ganztonschritt. Das heißt, hier müssen wir vor dem dritten Ton ein Vorzeichen ergänzen. Der Ton F muss etwas höher werden zum Fis, sodass wir hier auch einen Ganztonschritt haben. Jetzt kommt diese wichtige Stelle zwischen dem dritten und vierten Ton, die in der Durtonleiter ja immer ein Halbtonschritt ist. Und wir sehen hier jetzt, wir haben ein Fis und ein G. Das passt ganz gut. Das ist nämlich genau ein Halbtonschritt. Können wir also so lassen. Dann zwischen dem G und dem A, so wie es schon als Stammtöne dasteht, ist ein Ganztonschritt, wie wir an der Klaviatur sehen. Das können wir auch so lassen, weil zwischen dem vierten und fünften Ton brauchen wir auch einen Ganztonschritt. Dann A zu H ist auch ein Ganztonschritt, brauchen wir nichts verändern. Dagegen vom Stammton H zum Stammton C wäre es wieder nur ein Halbtonschritt. Zwischen dem sechsten und siebten Ton der Durtonleiter brauchen wir aber noch einen Ganztonschritt. Das heißt, auch hier müssen wir den siebten Ton erhöhen, dass es ein Cis wird und von dem sechsten zum siebten Ton ein Ganztonschritt entsteht. Und dann bleibt uns wieder nur noch ein letzter Schritt zu überprüfen übrig, nämlich von sieben zu acht, der ja wieder ein Halbtonschritt sein muss. Und das ist auch der Fall, vom Cis zum D ist es ein Halbtonschritt. Direkt die next liegende Taste auf dem Klavier. Also passt alles. Und dann hören wir uns das Ergebnis doch direkt mal an. Klingt, wie eine Durtonleiter klingen muss. Sehr schön. Okay, jetzt habt ihr einiges über Durtonleitern nochmal gehört. Vielleicht habt ihr es in der fünften Klasse zum Teil schon gelernt, aber ich denke, jetzt haben wir es nochmal vertieft. Und dann können wir zum Abschluss vielleicht nochmal das Lied singen. Machen wir es doch wieder in S-Tour. Ich denke, das war die beste Gesangstonlage. Übrigens, falls ihr euch gewundert habt, was Cotton Needs a Picking So Bad heißt. Bad heißt in dem Fall nicht böse oder so, sondern das heißt, Cotton, also die Baumwolle, muss sehr dringend gepflückt werden. Und deshalb pflücken wir das ganze Feld ab. Okay, lasst uns mal singen. Cotton Needs a Picking So Bad Cotton Needs a Picking So Bad Cotton Needs a Picking So Bad Gonna pick all over this field We plant this cotton in April On the fall of the moon We've had a hot, dry summer That's why it opens so soon Cotton Needs a Picking So Bad 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 Gonna pick all over this field Cotton Needs a Picking So Bad 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 Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.